Ja, guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute haben wir den 29.11.2023 und habe das Thema Gutier und Michelin wollen in Deutschland vier Standorte schließen. Kommt für viele anscheinend überraschend, aber mich überrascht hat eigentlich gar nicht mehr, weil die Strom- und Gaspreise sind ja die teuersten in Deutschland oder sind weltweit. Wir haben also in Deutschland den teuersten Strom- und Gaspreise. Da muss man sich nicht wundern, wenn stromlastige Firmen oder Hersteller sagen, wir sind nicht mehr konkurrenzfähig, weil die Reifen, das alles viel zu teuer wird. Wir gehen ins Ausland, nach Amerika, wo der Strom wesentlich billiger ist, 3, 4 Cent kostet. Bei uns kostet er 30 oder 40 Cent. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Das würde aber erst der Anfang sein. Viele Firmen haben schon geschlossen, gehen pleite. Von dem kleinen Mittelstand hören wir ja überhaupt nichts mehr. Bäckereien, die werden auch alle schließen. Und sollte nächstes Jahr diese Stromdeckelung wegfallen und Gasdeckelung wegfallen, dann werden noch viel mehr Firmen pleite gehen. Und die ganzen Produkte, die dann trotzdem noch hergestellt werden müssen, werden für viele nicht mehr bezahlbar sein. Ich gehe in die einzelnen Artikel jetzt rein. Wer neu ist, kostloses Abo da lassen, Video teilen, Kommentare reinschreiben und ein Like da lassen. Okay, dann schalte ich euch mal um zu diesen einzelnen Zeitungsartikeln. So, jetzt habe ich hier die Reiter aufgemacht. Hier oben, Gutier Schließwerke in Deutschland, Continental und Michelin, also alles betrifft Deutschland. Hier sind wir auf der ersten Seite, automobilproduktion.de. Schreibt, ich gehe jetzt nur kurz drüber, wer kann sich dann näher anschauen, wenn er sich weiter dafür interessiert, Reifenhersteller, Gutier Schließwerk in Deutschland. Er kündigt Pläne an, seine Produktion in Fürstenwalde schrittweise bis Ende 2027 zu beenden. Das Werk in Fulda soll bereits in den nächsten zwei Jahren schließen. Mehr als 1700 Arbeitsplätze sind hierdurch gefährdet. Das müsste doch bei Herrn Habeck doch schon die Alarmglocken läuten, oder bei unserer Wirtschaftsexpertin Ricarda Lang. Was macht man hier mit den 1700 Arbeitsplätzen? Wie kann man die retten, aber ich denke mal, das interessiert die vielleicht nicht, weil das nicht grün ist, weil das ja alles hier nicht wichtig ist. Nur die Leute, die da dranhängen, die da jetzt betroffen sind, die haben natürlich die riesengroßen Probleme. Er plant hier 5000 Stellen abzubauen. Ah ja, Continental habe ich ja auch die Seite. Also geht also durch die Branche durch. Und das ist ja schon hier eine Ansage, dass hier da abgebaut wird. Ja, 500, 500 Stellen. Markt aus sich in allen Bereichen der Reifenindustrie hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich in Rapine verschlechtert, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Diese Situation hat sich durch die Zuwachs der Billigimporte aus Asien weiter verschärft. Ja, weil ja China und Asien durch viel, viel günstiger Strom- und Gaspreise haben. Ja, Rohstoffe sowieso. Und das wird natürlich auch nochmal sehr stark hier zu Buche schlagen. Und natürlich werden die dann nach Amerika oder dahin, wo Arbeitsplätze und Strom und Gas günstiger sind. Also wir sind hier in der Reifenbranche nicht mehr konkurrenzfähig. Und die IG bietet, sie war gut hier vor Gewinnmaximierung zu betreiben und wenig für sichere Perspektiven in der Reifenindustrie getan zu haben. Völlig unverständlich. Zum Beispiel, dass mit der Gigafactory von Tesla in unmittelbarer Nachbarschaft Grünheide keine strategische Zusammenarbeit aufgebaut wurde. Gut hier ist nach eigenen Angaben eins der größten Reifenunternehmen der Welt. Aha. Das Unternehmen beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter weltweit und stellt seine Produkte in 57 Werken in 23 Ländern auf der ganzen Welt her. In Deutschland zählt Gut hier rund 5.000 Mitarbeitende. Man muss, ja, die können ja auch Recht haben. Klar, das sind jetzt die Gewerkschaften, die sagen Gewinnmaximierung. Aber als Unternehmer braucht man auch da, um konkurrenzfähig zu sein. Die Konkurrenzen sind ja hier aus Asien die asiatischen Reifenhersteller. Damit muss man konkurrieren. Und dann sucht man sich natürlich als Werk, als Inhaber die Standorte aus, die am wirtschaftlichsten arbeiten. Und das ist nicht mehr Deutschland. Der Standort Deutschland ist nicht mehr konkurrenzfähig. Dann muss man hier als Gewerkschaft ganz klar sagen, bitte wieder die Atomkraftwerke anschalten und hier in Deutschland für günstigen Strom sorgen. Und nicht alles auf Subventionen basiert. Und deswegen bricht das hier alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Jetzt waren wir bei Gut hier. Gehen wir mal auf die Seite von Continental. Und da habe ich hier im Handelsblatt, oben ist der Link, da haben wir schon 7000 Arbeitsplätze sind betroffen. Das müssen doch hier völlig, die Leute, die betroffen sind, die haben doch voll die Panik, die irgendwie, wie alt die sind, die werden keine neuen Stellen mehr bekommen. Keine Ahnung, wo das Werk ist, müssen die umziehen. Haben vielleicht gerade Häuser gebaut, da brechen ja Existenzen zusammen. Aber anscheinend interessiert das sie dem grünen Wirtschaftsminister nicht, weil er ja auch nur Klimaminister, der macht ja mehr seine Klimaprojekte. Aber dann wird argumentiert, dadurch haben wir ja wieder neue Arbeitsplätze. Aber hier knicken die, ich werte mit euch, es knicken mehr Arbeitsplätze weg, als neue geschaffen werden. Und wenn man denn hier sieht, Heizungsbranche oder ganze, diese Dämmmaterial, viele installieren gar keine Wärmeheizung mehr, also Elektroheizung. Und hier die ganzen Dämmen, der ganze Bau, der Baugewerbe ist ja auch schon in sich zusammengebrochen, weil viele gar nicht mehr investieren und gar nicht mehr das Geld haben, weil ja da auch die Zinsen und Kredite sehr teuer, Zinsen gestiegen. Und dadurch steigt auch der Kredit für so einen Hausbau. Und das kommt alles da zum Stocken. Und Material auch sehr teuer, weil Holz oder Beton, Steine und das ist ja auch sehr stromintensiv. Da braucht man ja Wärme, so Dachziegeln, Brennofen oder Glas, so Fensterscheiben, die müssen ja hergestellt werden. Da braucht man sehr viel Strom oder Hitze oder Gas. Und das ist in Deutschland viel zu teuer. Das geht wie so ein roter Faden durch alle Branchen, alle Märkte hindurch. Und wenn man das nicht sieht, dann werden wir hier sowas öfters lesen. 2019 ist schon etwas älter, der Artikel sehe ich gerade, aber trotzdem sind die Stellen jetzt schon weg. Was machen die Leute? Wer betroffen ist, kann ja mal in die Kommentare reinschreiben, was aus den Plätzen geworden ist. Aber der eine hier, Gutje Michelin, das kam heute Morgen in dem Radio, das habe ich jetzt gehört. Also Trier, Karlsruhe wollen bis 2025 hier die Werke schließen. Und kommt ja gleich noch, weil hier Standort in Deutschland zu teuer ist. Und die Werke hier, Fulda ist in Fürstenwalle in Brandenburg, was wir gerade gesehen haben. Weil da sagt hier Michelin, ich weiß nicht, ob da gleich noch hier kommen in dem Artikel, wäre die Energiepreise für Strom und Gas, wäre um 260 Prozent gestiegen. Denn, das muss man sich mal vor Augen führen. Und 260 Prozent, da geht jede Firma dahin, wo das billiger ist. Okay, da gehen wir hier nochmal, ich konnte den Tafel auf den Details zu seinem Sparprogramm. Das Ausmeld ist nicht nur erschreckend für die Mitarbeiter, es ist auch ein Warnsignal für die gesamte Branche. Ja, das zieht sich weiter weg, aber man reagiert ja nicht da drauf. Ihr könnt ja nochmal lesen, hier 20.000 weltweit. Davon 5.000 in Deutschland, da summiert sich alles. Und das gleiche werden die, was wir gerade auch gelesen haben. Ich werde hier noch weiter, ist das hier was anderes. Auto- und Mobilbranche. Okay, wir lesen, weil da wird ja auch, die ganzen Standorte, die hängen ja alle miteinander zusammen und sollte jetzt hier die Autobranche auch hier zumachen. Wo kriegt ihr das in Wolfsburg hier, ne, kontinental. Da müssen ja auch die Wege ziemlich knapp liegen, Transportkosten. Ja, so sieht das aus. So zieht sich das wie so ein roter Faden durch alle Branchen durch. Oh, ein ziemlich großer Artikel. Ich gehe jetzt nochmal hier so durch, weil da ist ja schon ein globaler Gegenwind für die Zulieferer. Ich denke mal, die werden das gleiche Problem haben und Deutschland ist dann halt als Stand auch zu teuer. Da werden wir dann hier, ja, sehr großer Artikel, Handelsblatt, ne. Oh, in Wachsenfeldern. Ja, ne. Oh, der geht noch weiter. Ja, wow. Hälberstück, Auto, ne. Und das wird die Autobranche dann auch treffen, ne. Aber gehen wir mal hier zu dem aktuellen Thema, zu den Michelin-Werken. Also Frankfurter Rundschau. Habe ich denn hier, Herr Link. Ja. Nehmen wir mal runter. Michelin will in Deutschland offenbar Werke schließen und massiv Stellen abbauen. 9.26.10.2023 ist also hier sehr aktuell. Der Reifenhersteller Michelin plant wohl, aus der Produktion von LKW-Reifen in Deutschland größtenteils auszusteigen. Die Firma will offenbar mehrere Werke schließen und Stellen abbauen. Homburg. Aha. Bei Michelin in Deutschland drohen Berichten zufolge ein Kahlschlag. Der französische Reifenhersteller plant laut SWR aus der Produktion von LKW-Reifen in Deutschland größtenteils auszusteigen. Dies sei auf Belegschaft zur Landesversammlung bekannt gegeben worden. Akkette der Industriegewerkschaft IGB CE. Michelin. Standorte Homburg, Karlsruhe und Trier. Ja, weil ich eben sagte, hier nach Angaben der Gewerkschaft wären etwa 1.500 Menschen von dem Stellenabbau betroffen. Also wir haben jetzt schon, was haben wir denn jetzt hier? Eben schon 7.000 bei Continental. 1.500 haben wir jetzt. Wie viel hatten wir eben bei Goodyear? Gucken wir mal eben rein. 3.000. Ich habe es gar nicht mal so am Schirm. 10.000, dann mal zusammen. Wären 1.700 betroffen. Dann haben wir dann in Summe, hätten wir mal eben knappe, fast 10.000 Stellen, die nur in der Reifenbranche wegfällt. Und wenn man dann nochmal hier auf dem Schirm zurückholen, dass ja im Saarland hier Fortwerke auch schließen und Saarstahl auch schon protestieren, wenn die keine Subventionen bekommen, ist der grüne Stahl auch gescheitert. Da gleich auch hier im Ruhrgebiet in Duisburg, die Thyssenwerke, Thyssenkrupp. Das große Industriesterben geht immer weiter, wenn das nicht gestoppt wird, wenn man da nicht gegen sofort hier Einhalt gewährt und sagt hier sofort, die ganzen Atomkraftwerke in Deutschland, Deutschland braucht billigen Strom, anschalten wieder und nicht teuer importieren. Wind und Solar kann ja parallel mitlaufen, habe ich ja nichts dagegen, aber wir brauchen billigen Strom und dann auch gucken, dass wir hier mit Putin hier noch zum Zwei reparieren, so schnell wie möglich, damit wir hier wieder billiges Erdgas bekommen. Das ist der einzige Weg, den ich hier sehe. Sonst sehen wir hier dieses Sterben immer weiter. In Hummer, Triegerwerke, das ist also alles sehr erschreckend für die Leute, die dann hier ihre Stellen verlieren. Dann ist die Frage, kriegen die noch eine Abfindung, wie wird das hier gemacht, wie kommen die da raus. Keine Entscheidungen zum möglichen Jobbau oder Schließungen. Naja, aber da ist ja schon ein Wink dahinter, weil es ging um Produktionsreduzierung in Homburg, Trier und kann anders mit Todesprechern. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass das hier weiter, das kann man nur stoppen, wenn man hier wirklich günstig Energiepreise beschafft. Also ich stelle das nochmal um, dann mache ich nochmal hier so Schluss. Ja, wie gesagt, das große Industriesterben geht hier weiter, sollte nicht hier billig Strom und Gas hier bereitgestellt werden und billige auch Löhne, Nebenkosten, die Lohnstückkosten sind viel zu hoch hier in Deutschland. Das ist aber schon seit Längerem bekannt und dagegen wird nichts getan. Entweder ist das alles gewollt und geplant, dass man hier Deutschland hier wirklich wettbewerbsunfähig macht, dass alles nach Amerika geht, alles nach China, und wir machen uns abhängig von China und Amerika. Das kann es ja irgendwo nicht sein, weil das ist ja auch Europa mit betroffen. Wenn Deutschland stirbt, stirbt auch Europa. Das betrifft ja auch nicht nur hier die Reifenindustrie, das Gleiche werden wir auch hier im Baugewerbe haben oder auch in der Lebensmittelherstellung, wie zum Beispiel wenn man Zucker, Lebensmittel, das muss ja alles hier produziert werden. Mehl, Kartoffeln, alles was hier dann verarbeitet wird zur Marmelade hier oder die ganzen herstellenden Getränke, Getränkemark, Safte, Milch, Butter, das muss ja alles hier mit Hitze, mit Strom und Gas wird das ja alles hier gekocht, gemacht oder Bier, Bierbrauen, die Brauereien, die werden Riesenprobleme bekommen, sollte der Preis weiter so hoch bleiben. Das ist meine große Befürchtung, da kann man also durch die ganze Lebensmittelbranche ja auch mal durchgehen, weil das ist ja erst noch mal wichtig, dass wir bezahlbare Lebensmittel haben und sollte dann nächstes Jahr hier auch jetzt die Mautgebühr steigen und der Diesel und Benzin um das 10% oder 20% steigen, dann werden das natürlich wieder auf die Preise, Lebensmittelpreise umgeschlagen werden, weil das kann der Spediteur ja alles gar nicht mehr puffern. da werden wir Riesenpreissprünge erleben, davon bin ich überzeugt und wie gesagt, da muss das Volk es mir bestimmen, wenn das hier nicht mehr bezahlbar ist, dann muss man so wirklich auf die Straße gehen, wie jetzt in Tschechien oder in anderen Tschechien-Bakai, das wird zu teuer, das ist nicht mehr bezahlbar, unsere Löhne steigen nicht mehr, wir können das nicht mehr bezahlen, liebe Regierung, tut was, sonst verhungern wir, es gibt hier Bürgeraufstände und Revolten oder keine Ahnung, wie man das nennt, da können wir nicht noch zwei Jahre warten und eine Neuwahl wird das auch nicht lösen, weil CDU und SPD, dann bekommen wir die GroKo 2, geht das vier Jahre nochmal so weiter und dann ist die Frage, ob die CDU dann weiter in die Mitte rückt, habe ich mir eine ganz starke Zweifel, weil die werden ja auch diese Schuldenbremse einhalten und dann wird ja auch nicht mehr weiter investiert, andererseits müssen wir investieren, aber dann in die richtigen, in die alten Industrien für billigen Strom, für billiges Gas, in die Schule, in die Bildung, für Kindergärten, Gesundheit, das was 16 Jahre vernachlässigt worden ist und wenn das erstmal alles steht, Straßen, Bahn und Bildung und Gesundheit und billige Nahrung, die Grundbedürfnisse, wenn das top ist, das wird 10 Jahre dauern, dann kann man vielleicht mal über Solar oder über grüne Klimapolitik reden, weil jetzt fliegen die alle nach Katar heute, da sind nämlich 250 Delegierte aus Deutschland mit der Frau Baerbock und diskutieren in Katar oder Dubai, wo, Dubai und bei schönen 28 Grad, schön im Sommer machen die ja schön Wetter und auf Kosten des Steuerzahlers und ja und wir sitzen hier und müssen halt alles hier bezahlen, haben nichts davon und da kommen die wieder, ja, ist nicht gelöst worden, wie wird es gesagt, wir hätten der Wasserknappe in Deutschland, da merke ich nichts von, hier regnet es, fast das ganze Jahr hindurch, die ganzen Grundwasser steigen, steigen und Überschwemmungen überall, ich merke keine trockene Dürre und hier draußen haben wir eigentlich normales Wetter, also ob das alles hier so stimmt mit dem Klimawandel, mag ja sein, aber das ist nicht nur der Menschheit anzulassen, das muss man ja auch ganz klar sagen und was nützt uns das, wenn Deutschland alleine hier für Klima da ist und alles abstellt, selbst wie gesagt, selbst wenn wir alle zu Fuß gehen würden in Deutschland, wenn wir hier nur Landwirtschaft betreiben würden, wird das Klima trotzdem nicht gerettet und da wird auch keiner folgen, weil wir machen nur 2% der Erdbevölkerung aus und wir machen nur 2% von der Fläche her, Afrika geht ja überhaupt nicht mit, die ärmeren Länder können gar nicht mitgehen, die heizen mit Holzkohle, damit kochen die jeden Tag, das muss man sich ganz klar, das wird auch in den nächsten 10 Jahren so bleiben, wird keiner mitgehen können. Ja okay, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das alles seht, bekommen wir noch ein weiteres Sterben, ist ja der Anfang, wie können wir das stoppen, könnt ihr mal reinschreiben, welche Lösungsvorschläge ihr da habt. Okay, dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschö! Bis zum nächsten Mal.